Mein Name ist Ali Ünab. Ich bin 63 Jahre alt und arbeite seit 35 Jahren als Journalist, Buchautor und Übersetzer. Ich habe mehr als 50 Bücher verfasst und übersetzt. Zuletzt war ich Kolumnist der türkischen Tageszeitung Saman. Nachdem die auflagenstärkste Tageszeitung der Türkei per Notstandsdekret geschlossen worden war, wurde ich am 14. August 2016 verhaftet. Ich sitze seit mehr als 800 Tagen in Haft, weil ich von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe. Die Anschuldigung lautet, Gründung einer Terrororganisation und Teilnahme an Bestrebungen, die türkische Verfassungsordnung beseitigen zu wollen. Ich bin ein muslimischer Gelehrter und setze mich mit den Themen Religion, Moderne und Demokratie auseinander. Mein Name ist Ali Ünab. Ich bin Journalist, Buchautor und Übersetzer. Ich bin Journalist, Buchautor und Übersetzer. Ich bin Journalist, Buchautor und Übersetzer. Ich bin Journalist, Buchautor.